Angebote für Kinder, die bestimmte Schwächen in der Schule haben, gibt es jede Menge. Förderangebote für Begabte sind eher die Ausnahme. Um auch diesen Kindern gerecht zu werden, haben alle Nordenhammer Schulen und die Grundschule Schweiß-Seefeld den Kooperationsverbund Nordenham gegründet. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Schüler mit besonderen Begabungen zu fördern. Das Angebot soll mit Beginn des nächsten Schuljahres deutlich erweitert werden. Die Begabtenförderung in Nordenham einzuführen geht auf eine Idee von Ulrike Kahrs zurück, die die Blexer Grundschule leitet. In diesem Halbjahr stehen dafür acht Unterrichtsstunden pro Woche zur Verfügung.